Hören Sie sich das an? Das ist aus dem Jahr 59 glaube ich oder so. 59? Da war ich minus 8. Das hat mein Urgroßvater auf Scheller gehabt, das weiß ich. Jawoll, Jubel meine Damen und Herren, Jubel! La 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 Was ich erlebt hab, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vagabond. Stimmt. Selbst für die Fürsten soll's den grauen Alltag geben. Meine Welt ist bunt. Meine Welt ist bunt. La 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 Denk ich an Capri, dann denk ich auch an Tina. Sie liebte einen Lord. Der Lord fährt fort. Aber als sie mich sah, die schöne Signorina, lief sie ihm gleich fort. Lief sie ihm gleich fort. La 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 Kam ich nach Spanien, da schenkten mir die Wirte, dort ohne Geld nichts ein, doch ihre Frauen, die ich am Tag spazieren führte, schenkten mir den Wein, schenkten mir den Wein. So lachte mir und so lacht mir auch noch heute in mein roter Mund und es gibt keine Stunde, die ich je bereute, meine Welt ist bunt. Meine Welt ist bunt. Ich bin ein Vagabund. Toni Matosic, der lachende Fagerbund. Ja, ja, Fred Bertlmann.